Ich muss ganz was anderes, was Sie nicht gefragt haben, sagen. Natürlich ist es meiner Frau und mir so wie bei allen Ehen, die so lange dauern. Natürlich ist das im Wesentlichen das Verdienst der Frau und nicht das Verdienst des Mannes. Das muss man deutlich sagen. Der Chauffeur hat Kaffee gekocht und noch ehe die erste der beiden Sekretärinnen kommt, hat der Chef sich bereits in Papier vergraben. Etwas missmutig, wie man gleich hören wird. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Carstadt, hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was, was man gar nicht was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Schraube und nicht den ganzen Tisch vor.